Hier, Hünsingen. Hünsingen am 23. September 2012. Alles biologisch hier. Hünsingen, Hünsingen, Malzrucke. Da kommt das Normal. Das ist eigentlich kein richtiger Ort, sondern mit grün und gelb. Ausgezeichnet. Kleine Ortschaft. Vielleicht aber ganz hübsch. Maschee versehen. Hünsingen. Achtung, hier neben dem größten Kinderstandard. Bisschen touristisch hier alles. Was wärs denn aus Hünsingen? Abschüss. Das ist Hünsingen. Drei Krone. Ja. Drei Krone hier im Restaurant. Frische Vetterlinie gibt es gerade in Hünsingen. Drei Krone im Restaurant. Drei Krone. Fahre mal. Schau mal auf Balzbode. Dann kann man schauen, ob das jetzt sowas in die Hand geht. Jasper, hallo. Hier, was da denn noch? Da ist noch ein Zehn und Reinkochen. Das ist schon mal mehr Knochen hier. Wo oben kommen, das passt. Das ist schon mal.